So, meine Damen und Herren, es ist 19 Uhr. Ich begrüße Sie ganz herzlich zur ersten Stadtwahlsitzung im neuen Jahr. Ich wünsche jetzt kein neues Jahr mehr, dann haben wir fast loswerden. Ich wollte es noch einmal bekannten geben. Ja, bevor wir in die eigentliche Materie einsteigen, möchte ich noch einmal darauf hinweisen, dass es für das Bürgerhaus und wie im Allgemeinen bekannt eine entsprechende Fiktionskonzept gibt. Wir haben es ja schon im Markt im Finanzanschluss praktiziert. Also die Maske ist ständig zu tragen, außer beim Mikrofon. Und wenn wir unseren grünen Beutel da drüber ziehen. Das wird ein bisschen knattern dann im Ton, aber das lässt sich noch einmal nicht vermeiden. Weiterhin möchte ich, weil wir die Gäste noch einmal bekannt geben, dass wir seit heute im neuen Arzt-Informationssystem arbeiten. Das heißt also, es ist eine gewisse Technik vorhanden, dass auch die Stabräte jetzt per Internet die entsprechenden Beschlussvorschräge oder Beschlussvorlagen einsehen können, beziehungsweise auch entsprechend speicherbar sind. Und da sehen wir ja auch Technik, die damit möglich ist. Und da ist diese ganze Arbeit rund 30.000 Euro gekostet mit einer 90-prozentigen Oberbürgermeisterung für die Stadt. So, das wollte ich nicht ganz sagen. Jetzt kommen wir zur vorgezählen, weil ich stelle fest, dass ordnungsgemäß geleistet worden ist. Also ordnungsgemäßes Termin, der recht bereinigt worden ist und die Beschlussfähigkeit auch besteht, das sind 18 Stadträte plus Bürgermeister. Ich komme zur Tagesordnung. Gibt es dazu Änderungen oder Wünsche? Mal mal gesehen. Achso, bitte ans Mikrofon gehen, auch die Gäste. Ich beantrage den Punkt 12 aus dem nicht-öffentlichen Teil in den öffentlichen Teil zu verlegen. Das hat einen Grund. Ich möchte dazu kurz was sagen. Ja, Punkt 12 im nicht-öffentlichen Teil ist das Vorkaufsrecht und die Benutzung des Vorkaufsrechts der Stadt bei einem Verkauf im Sanierungsgebiet. Und hier geht es ganz speziell um die alte Polizei, beziehungsweise um das Kaiserliche Postamt, also Burgstraße 18. Zur Erklärung ist, die Stadt muss bei allen Verkäufen, egal was es betrifft in Weyga, dem Notar gegenüber, eine Erklärung abgeben, ob sie ihr Vorkaufsrecht dran nimmt oder nicht. Also bei jedem privaten Verkauf, bei allen. Und alles, was im Sanierungsgebiet verkauft wird, dafür muss ich vom Stadtrat das unterschreiben. Und wenn jetzt hier ein Privatverkauf von einem Haus innerhalb der Stadt passiert, was dann im Sanierungsgebiet liegt, dann muss ich diese Verkäufe alle unterschreiben. Das ist für mich auch kein Problem. Ich gucke praktisch bei jedem Verkauf oder bei jedem Besitzerwechsel drauf, ob es hier was Wichtiges ist für die Stadt, ob wir hier was unternehmen müssten. Und das erste Mal, wo ich jetzt hier nicht ohne weiteres das unterschrieben habe, das war dieser Verkauf, also Burgstraße 18, wo ich gerne wollte, dass alle weiter das wissen, dass hier ein Besitzerwechsel vorgesehen ist. Und wir darüber beraten müssen, ob wir das Vorkaufsrecht wahrnehmen. Ich bitte darum, dass die Weiterer dann sich auch sehr damit beschäftigen. Der Kämmerer, der wird uns ja dann den Haushalt für das Jahr 2021 vorstellen. Und da werden wir ja merken, dass es hier auch finanzielle Zwänge für uns gibt. Und ich möchte aber, dass wir als Stadt die Fristen, die wir haben bis zur Ausübung des Vorkaufsrechts, es gibt da vom Vertragsabschluss, oder wo wir es gekriegt haben, nur eine bestimmte Zeit, dass wir diese Fristen ausschöpfen und das nochmal diskutieren, eventuell in den Ausschüssen, und dass eventuell die Weiterer da auch Ideen für die Nutzung dieses Gebäudes mit einbringen. Danke. Ich danke Ihnen für alle sehr. Gibt es weitere Änderungswünsche zur Tagesordnung? Wenn das nicht der Fall ist, bringe ich den Anwahrter von Madisek zur Abstimmung. Wer damit einwurscht an ist, den Punkt 12, ich nenne es jetzt mal Polizei, in den öffentlichen Teil zu bringen, dann bitte ich um das Güne Kärtschen. Enteilungen? Gegenstimmen? Einstimmig. Danke. Also, mit Verfahren erfolgendermaßen, dann nach dem Punkt 10, Haushaltssatz unter Stadt Weiler, folgt dann der Punkt 11, Ausübung des jettlichen Vorkaufsrechts zum Flurstück 187, und alles andere springt dann wirklich eine Zeit weiter. So. Wer mit der jetzt geänderten Tagesordnung einverstanden ist, dann bitte ich um die Grüne Karte. Gegenstimmen? Enteilungen? Nicht der Fall einstimmig zur Tagesordnung beschlossen. Beschlussfassung zum Protokoll der 12. Sitzung gestattet, weil das vom 26.11.2020 gibt es dazu Redebetrag. Das nicht der Fall ist bitte ich um Abstimmung. Wer zustimmen kann, das über den Kärtschen? Gegenstimmen? Enteilungen? Auch einstimmig. Rund 3 der Tagesordnung, Informationen des Bürgermeisters. Bitte, Herr. Meine sehr geehrten Damen und Herren, sehr geehrte Stadträte, liebe Gäste, ich begrüße Sie ebenfalls ganz herzlich zur ersten Sitzung des Stadtrates in Weiler im Jahr 2021. Und ich bin zunächst erstmal so weit froh, dass ich die Stadträte bis auf unsere zwei Entschuldigten bei guter Gesundheit hier antreffen kann. Was ist passiert? Was gab es bis jetzt im neuen Jahr unter den besonderen Umständen? So wie wir das Alter verlassen haben, so ging es im neuen Jahr los. Und im Moment haben wir nach wie vor immer wieder nur ein Thema in den verschiedensten Varianten und Nuancen. Und dass sich mehr oder weniger alles dreht. Aber das Leben an sich muss weitergehen. Die Arbeitsfähigkeit der Stadt muss ja bestellt werden. Und das geht nur, wenn wir in öffentlicher Sitzung einen geschlossenen Haushalt haben, um darauf aufbauend für den Rest des Jahres planen und arbeiten zu können. Deswegen haben wir uns frühzeitig darum bemüht, die Genehmigung des Gesundheitsamtes eingeholt und die Besonderheiten als Auflage gekriegt. Das Konzept, was wir für das Bürgerhaus hatten, ist nicht mehrfach geändert worden, sondern wir haben hier schon bereits zur Ausschusssitzung, als wir das erste Mal hier tagten, und die zusätzlichen Modalitäten, wie das Tragen der Schutzmaske, wie es der Herr Prettl vor uns gesagt hat, schon durchgesetzt. Deswegen sind wir heute hier neben dem Haushalt gibt es weitere Beschlüsse, die zu fassen sind. Doch bevor ich auf diese Sachen eingehe, möchte ich mich zunächst einmal ganz herzlich bei denen bedanken, die zu einem vernünftigen Umgang mit dem doch sehr reichlich gefallenen Schnee bereit waren, sich selbst zur Einsatz zu bringen und den städtischen Kräften, genauso wie den Firmen, die hier gearbeitet haben, unterstützend zur Seite zu stehen. Ich habe mich darüber gefreut, wie viele doch wissen, was es bei Schnee alles zu tun gibt. Das Räumen der Gehwege, der Straßen, der Brücken vor allen Dingen, wie sich das aufteilt bei uns im Bauhof, der in zwei Schichten bereits vor dem Schneefall gearbeitet hat, schon alleine aufgrund der Pandemie, der dann von vier bis nach 22 Uhr im Einsatz war und geräumt hat. Die Strecken, die jedes Jahr immer wieder im Plan sind, die nicht frei erfunden werden und die abgefahren werden müssen. Und es ist gut so, dass wir hier sehr zuverlässige Leute haben, die auch mit der Technik umgehen können, die vieles einfacher macht und zum Beispiel gar nicht mehr an der Lache werden. Gehen Sie davon aus, wir haben pro Schicht fünf Personen, die die Fahrzeuge bedienen können für das gesamte Stadtgebiet. Deswegen habe ich mich darüber gefreut, dass die Firmen Krause, Kühnel und die Firma Beck uneigennützig ihre Fahrzeuge nicht nur zur Verfügung gestellt, sondern selbst die Fahrzeuge geführt haben und dafür gesorgt haben, dass der Schnee im Innenstadtbereich abgefahren wurde, dass den Schulen, den Kindergärten so weit geholfen wurde, dass Abstellflächen geschaffen wurden und dass die wichtigsten Fahrwege auch frei waren in einem angemessenen Zustand. Dass der ein oder andere Probleme hatte, zu Hause oder um von sich zu Hause in die öffentlichen Bereiche zu kommen, das kann ich auch verstehen. Bevor aber manche zur Schippe gegriffen haben, haben sie es sich einfach gemacht. Haben das Telefon genommen und dann rumgeschimpft bei der Stadt, warum kein Stickflug da ist. Das ist natürlich eine Lösung, die ich überhaupt nicht verstehen kann. Denn erst sollte man selbst mal zur Selbsthilfe greifen und dann sollte man. Und dann sollte man aber auch den Kopf einsetzen und darüber nachdenken, dass Schnee erst fallen muss, bevor er geräumt werden kann. Und wenn er gefallen ist, dann ist er überall gefallen und da kann ich ein oder fünf Schneeflüge oder Beseitigungsmaschinen an allen Stellen zur gleichen Zeit sein. Und dann muss man daran denken, dass es Wege gibt, die in der Priorität eben höher sind, wie reine Wohnstraßen, Sackgassen oder Privatwege. Und danach wird das alles bemessen und eingeplant. Also hier ist nichts spontan oder irgendwie, hier ist das schon planerisch erfasst und es läuft nicht nur in einem Winter. Wir haben es nur gemerkt, weil wir 30 Zentimeter Schnee gefallen sind. Und viele von denen, von den wenigen, die da geschimpft haben, die muss nicht daran erinnern, weil das letzte Mal so viel Schnee gefallen ist, nämlich 2010 und 2013. Und das ist ja schon über Tage her. Also ist die gesamte Aufregung nicht unbedingt erwünscht. Und Winter bedeutet immer noch Schnee. Und wir haben nach außen hin, was ich eigentlich nicht mache, gesehen, dass es woanders noch wesentlich schlimmer war und wesentlich später geräumt wurde als hier im Weiteren. Deswegen mein Dank nochmal an alle, die sich eingesetzt haben und unheimlich geholfen haben. Weil so bin ich froh darüber, dass das Engagement da ist und nicht nur bei den Eingewahrenden darin besteht, Kritik zu üben, die nicht durch das Angeboten wird, Hilfe zu leisten. Die Feuerwehr ist dann auf Nachfrage noch unterwegs gewesen, hat die Heißzapfe beseiligt. Das sind Gefahrenquellen. Und dazu muss ich sagen, Ich habe da nichts dagegen gehabt, weil es tatsächlich in Gefahr ist. In Wirklichkeit sind aber die Hauseigentümer, Grundstücksbesitzer diejenigen, die dafür verantwortlich zeichnen, dass von ihrem Gebäude, ihrem Grundstück keine Gefahr ausgeht. Also wenn, immer daran denken, wer ist der Eigentümer des Gebäudes, wer ist dafür zuständig. Und alle die, die um Hilfe gebeten haben, den wurde die Hilfe gewährleistet, allerdings zu einem Selbstkostenpreis. Ohne den geht nichts. Auf unseren Baustellen, am Schlossmühlenweg, könnt ihr mal denken, es ist nichts möglich oder es wird nichts gemacht. Nee, es ist nicht so. Es gibt im Moment zwei Baulinien, die voneinander unabhängig arbeiten können. Einmal die Lastarbeiten am ehemaligen Schwindbecken und das Gebäude 21, das ehemalige Kuchenhaus. Es ist nicht ohne, und wir haben gemerkt, immer wenn was angefangen wurde und wieder fortgesetzt wurde, gab es Probleme. A, mit der Verunreinigung, die schwerer war als die, die vorher erkundet wurde. Und es ist aber auch so, dass manche Baufirma nicht so gearbeitet hat, wie es abgesprochen ist und auch nicht bereit war, mit uns vernünftig die Arbeit fortzusetzen, zu planen, damit wir unsere Ziele, die in diesem Jahr, spätestens im August liegen, erreichen. Trotzdem sind wir hier noch im Plan, haben uns aber dahingehend verständigen müssen, dass wir hier wahrscheinlich die Manschetten etwas enger anziehen müssen für die letzten Arbeiten. Der zweite Bauabschnitt ist im Moment noch planerisch unterwegs. Dort hat eine Steuerungsberatung stattgefunden, wo alle Arbeiten noch mal koordiniert wurden und die Planer werden dann am 15. zu einer erneuten Steuerungsberatung zusammenkommen. Was gibt es denn in den Lederwerken zusammen? Soweit mir bekannt ist, ist der Insolvenzverhörter dabei, Ausrüstungen und Material- und Halbprodukte zu veräußern, die aus der Konkursmasse von ProTellerie stammen. Und es gibt eine Investorengruppe über die Firma Gerbo Immo, die sich ja nicht unter Insolvenz befindet, die sich zum Ziel gesetzt haben, die Klärmache instand zu setzen, um dann Genehmigungen zu erhalten, damit ein Gärbereibetrieb wiederbelebt werden kann und wenn möglich längerfristig fortgeführt wird. Das ist zwar nur ein Bruchteil von dem, was die Lederwerke einmal ausgemacht hat, trotzdem heißen das aber, wenn alles klappt, die Lederwerke leben weiter, wenn auch nur auf kleiner Flamme. Hier gibt es viel zu tun, hier ist die Stadt außen vor, hier können nur die Investoren die notwendigen Schritte geben, wenn natürlich Hilfe benötigt wird, werden wir uns schon dafür einsetzen, weil uns sind, wenn auch wenig, die Arbeitsplätze schon recht viel wert und die Fortführung des Ledergewerbes natürlich auch. Auf der Rösserburg ist Baugeschäden, auch jetzt im Winter. Wir haben mit eigenen Kräften begonnen, in der De Miese zu modernisieren, um für die Jahresanstellung die Voraussetzungen zu schaffen. Weiterhin gab es Verkaufsverhandlungen und für Gewerbegrundstücke, wo wir heute auch Beschlüsse fassen, um die Kaufverträge rechtswirksam zu machen. Außerdem haben wir einen Käufer für den Saal in Steinsdorf gefunden, wo wir heute auch den Kaufvertrag in der Tagesordnung haben. Wie sieht es weiterhin aus? Die Planungen der Stadtverwaltung sind ungemindert der im Moment herrschenden Einschränkungen. Warum? Planen kann man am Tisch und planen kann man auch innerhalb des Hauses mit den entsprechenden Voraussetzungen. Neben den Konzepten, die in der Stadtverwaltung gelten, so wie hier im Bürgerhaus, haben wir uns darauf verständigt auf eine Anfrage des Straßenbeamtes, die eine größere Mietfläche benötigen. Hier wollen wir von unseren Flächen, die wir in städtischen Besitz haben, zwei Büroräume abgeben, dass wir zukünftig, spätestens ab dem 1. Juli, etwas mehr Mieteinnahmen generieren. Gleichzeitig werden wir Teile unserer Ämter strukturieren, neu strukturieren, beziehungsweise in neue Büroräume zusammenführen. Das wird allerdings im Zeitabschied den Anspruch nehmen, der bis ins Jahr 2022 reicht. Denn aufgrund des Ausscheidens im Ruhestand müssen wir auch dafür sorgen, dass diese Arbeitsplätze wieder besetzt werden, beziehungsweise, dass wir durch Strukturanpassungen und neue Stellenbeschreibungen diese Arbeiten, die noch zu belegen sind, sind sinnvoll und heute für die heutige Bedingungen angepasst für die Ausschreibungen vorsehen. Das sollen im Moment die wichtigsten Informationen sein. Es wird in den folgenden Wochen ohnehin weiterzutun geben. Mein persönlicher Wunsch wäre, dass die Infektionszahlen in Weida, aktuell 24, nicht weiter steigen. Wenn man nur an Weida denkt, ist es nicht klar, jedenfalls mir wurde das so gesagt, eigentlich festzustellen, ob es irgendwelche Schwerpunkte gibt. Es ist breit verteilt. Es ist möglich, dass die breite Streuung vorwiegend aus Kindergärten oder aus Grundschulen usw. kommt, wo die Kinder diejenigen sind, die als Überträger gelten, die Erwachsenen, ob Lehrer oder Eltern, diejenigen, die die Ansteckung mitbringen. Das ist aber nicht bewegt. Nur die Fallzahlen zeigen das an. Die hohen Fallzahlen in Zermota und in Kreins resultieren aus Vorgängen, die in den Stadtverwaltungen stattgefunden haben, wo man eben halt mal etwas unvorsichtig war oder ganz einfach mal irgendeine Schutzmaßnahme nicht realisiert hat. Sie sehen, auch da sind die Kräfte sofort aus dem Rennen. Das möchte ich mit aller Kraft verhindern. Und ich bin froh, dass die Belegschaft und Sie bisher hier so gut mitziehen. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Danke. Ich danke dem Bürgermeister für seine Ausführungen. Wir kommen zum Tagesordnungspunkt 4, Anfragen der Bürgerinnen und Bürger. Ich möchte darauf hinweisen, bitte ins Mikrofon zu sprechen und bitte den Namen zu nennen. Und das ist der Tagesordnungspunkt, zu dem Sie die einzige Möglichkeit haben, zu diesen Beschlussverladungen oder anderen Dingen Stellung zu nehmen. Bitteschön. Hallo, mein Name ist Wilhelm Schmidt. Sehr geehrte Stadträder, sehr geehrter Herr Bürgermeister. Ich möchte heute mal mich äußern zu dem Thema Weiler-Ansblatt. Wir haben die Situation, dass wir seit diesem Jahr die Verteilung abgelderbraten und nicht mehr das Amtsblatt über die Verteilung in meiner Wochenblatt bekommen. Und sicher gibt es hier ein Gründer und das ist ja in der Nähe hier beschlossen worden. Ich habe auch in vielen Gesprächen mit Leuten und Bürgern festgestellt, dass diese neue Situation sehr bedauert wird, dass es sehr negativ empfunden wird. Und ich bin auch der Meinung, dass sich die Stadt hier selbst der Möglichkeit beraubt, eine Vielzahl der Bürger zu erreichen. Denn es ist nur zu glauben, dass jeder ins Rathaus geht oder in die Osterburg und sich dieses Amtsblatt zu holen. Freilich gibt es die Möglichkeit auch im Internet. Das ist klar, das Gastronomie immer. Und ich bin der Meinung, man sollte doch die Möglichkeit suchen, die breite Bevölkerung zu erreichen um auch die Belange der Stadt herüberzubringen. Ich wollte mal anfragen, ob angedacht wird, nach einer Versuchsphase, das eventuell rückgängig zu machen oder ob über einen anderen Verteilverschlüssel nachgedacht wird, dass das Ganze weiter befächert wird und in der Stadt geblieben. Sei es zum Beispiel in Supermärkten oder bei Ärzten oder in den alten Wegeheimen sowas auszustellen und auszugeben, dass man zumindest da eine weitere Verteilung schafft. Danke, das war's dazu. Danke. Danke. Frau Kuhn, Frau Kuhn, Herr Schmitz, Sie haben recht, das ist nicht, oder das sind nicht nur bei Ihnen Fragen eingegangen, aber bei uns. Wir haben aber jetzt von dem objektiven Ablauf folgendes, die Beschlussfassung der neuen Hauptsatzung der Stadt fand im Mai letzten Jahres statt. Hier war die Situation so, dass eine Vielzahl Bürgerinnen und Bürger nicht mit dem Wochenblatt damals und dem darin befindlichen Amtsblatt beliefert wurden, weil die Lieferstellen der Funke Mediengruppe und deren Kooperationspartner nicht, teilweise nicht, funktioniert hat, so wie es bis heute vielfach auch ist. Aus diesem Grund haben wir uns dazu veranlasst gesehen, hier eine andere Variante zu suchen, weil es für uns wichtig unsere Veröffentlichung zuverlässig, pünktlich bereitzustellen, damit die Wirksamkeiten, die rechentlichen Wirksamkeiten auch erzielt werden. Zum damaligen Zeitpunkt konnte uns die Firma Wüst diese Möglichkeit nicht bieten. Darüber hinaus sind die Vorlaufzeiten und die Reaktionszeiten bei dem Wochenblatt relativ lang, sodass unsere Artikel entweder zu spät oder zu früh können sie nicht kommen, weil wir manches dazu gar noch nicht wissen. Nur in den Zwischenbausen zwischen Freitag, Nachmittag und Verteilung Sonnabend der Folgewoche ist so viel Zeit, dass diese Informationen alle entweder nur über Elektronik weitergegeben werden konnten oder erst im nächsten Blatt, was natürlich bedeutet, drei, vier Wochen später. Wir haben deswegen nach einem Weg gesucht, das nicht weiter so durchzuführen und haben uns, weil wir mit anderen Städten dort Rücksprache genommen haben, dem angeschlossen, wie es dort gemacht worden ist, das Amtsplatz zu separieren und selbstständig zu verteilen. Hier schaffen wir uns die Möglichkeit, entsprechend unseren Bedürfnissen auch kurzfristig die Bürger rechtlich ordentlich zu informieren, ob wir jetzt kurzfristige Veranstaltungen wie Stadtratssitzungen oder Ähnliches planen und dass wir nicht warten müssen, bis ein Wochenblatt wieder erscheint. Weil in den Vorjahren hat sich alles danach, nach dem Erscheinen des Wochenblattes in der Abstimmung da gerichtet mit allen Terminen, die wir hatten. Das hat auch dazu geführt, dass wir manchmal in den Ferien oder in Ferienzeiten unsere Versammlung durchführen. Eine Lösung hat sich erst aufgetan, als wir zum Jahresende dann erfahren haben, dass auch hier in Weida dieser Verteilbetrieb wieder umgestellt wird. Das war aber zum Reagieren zu spät. Und die Erfahrung der ersten beiden Hausgaben, die letzten kamen am letzten Sonnabend, hat gezeigt, dass es in den Ortsteilen gar keine Probleme gibt. Die Leute in Steinsdorf, Hohenölzen und Schönberg, die wussten schon immer, wo die Zeitung zu holen ist und holen sie auch jetzt. Ob beim Bäcker, beim Fleischer oder am Gemeindehaus in Schönberg. Kein Problem. In Weida ist es eigentlich nicht das Problem, weil A, in die Weiterinformation kommt man und vor der Weiterinformation kann man jederzeit an diesen Ständer handeln. In die Bibliothek, ins Rathaus kommt man zu den Öffnungszeiten von früh um sieben bis im Schnitt nachmittags sechzehn Uhr und seit kurzem steht ein dritter solcher Ständer vor dem Rathaus neben den Briefkästen der Stadt und dort kommt man immer. Und so weit wie diese bestimmt sind, kann sich jeder auch was entnehmen. Bereits bei uns gemeldet hat sich der Herr Gerold und der Benno Trampe, die sich diese Blätter in ihrer Einrichtungen holen und dort auch weiter verteilen. Das ist für uns gut, weil das sind Möglichkeiten wie das Netz auch vergrößert werden kann. Zum anderen haben wir Post bekommen, wo angefragt wird oder gefragt wird, dass es ältere Leute gibt, die die Treppen nicht steigen können oder weniger in die Stadt kommen. Ich sage, das ist in Ordnung. Aber es ist nicht eine Möglichkeit, dass die Kinder, die Enkel oder wer auch immer für die Oma und für die Opa so ein Blatt mit nach Hause nehmen. Das ist doch selbstverständlich. Ich habe jetzt noch 50 Blatt im Einzugsbereich in Dornstraße verteilt. Das war eine halbe Stunde Arbeit. Da habe ich aber auch mal gesehen, wie viele Leute gar keine Zeitung haben wollen. Weder Werbung noch kostenfreie Zeitung. Und es muss doch möglich sein, dass diese Verteilung hier weiter funktioniert. Wir werden aber trotzdem weiter versuchen, noch Anlaufpunkte zu finden. Nur der Start ist erst mal gegangen. Dass diese Verteilung auch kosteneinsparung unsere Folge hat, ist korrekt. Die werden, so schätzen wir das, nicht von entscheidender Bedeutung sein, waren aber auch nicht das Ziel unserer Aktion. Hier war eindeutig das Ziel, sichere, kontinuierliche und pünktliche Informationen bereitzustellen. Dankeschön. Gibt es weitere Anfragen? Gut, dann werde ich sich über Länge ziehen. Dann kommen wir zum Tagesordnungspunkt 5 und wir beginnen mit den Beschlussvorlagen. Das ist die Nummer 009-7 aus 2021 betreffs Ehrenordnung Ehrenbrief für Herrn Günther Teilig. Sach- und Rechtslage. Gemäß der Richtlinie zur Durchführung öffentlicher Ehrenungen vom 29.10.1998 können Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Beida, die sich in besonderer Weise um ihre Heimatstadt verdient gemacht haben, geehrt werden. Für die Auszeichnung mit dem Ehrenbrief können auch Einzelpersonen beziehungsweise Vereine und Verbände ihre Vorschläge einbringen. Der Künstler standig unter Leitung von Herrn Günther Teilig bestätigen. Nach seiner aktiven Dienstzeit engagierte sich Günther Teilig weiter Ehrenamtlicher für Kunst und Kultur, insbesondere für die Osterburg und die Beziehung zu den Partnerstädten. Besonders seinen Teilungsartikel motivierten andere, sich mit der Geschichte weiter zu beschäftigen und gemeinsam aktiv zu sein. Für sein vorbildliches bürgerschaftliches Verhalten und die dienstbezüglichen Leistungen gebührt Herrn Teilig eine öffentliche Ehrung. Der Haupt- und Finanzausschuss empfiehlt Herrn Günther Teilig mit dem Ehrenbrief der Stadt Weide auszuzeichnen. Beschlussverschlag Die Mitglieder des Stadtrates mögen beschließen, Herrn Günther Teilig wird der Ehrenbrief der Stadt gehen. Die Verleihung erfolgt im würdigen Rahmen durch den Bürgermeister. Der Ehrenbrief wird als Urkunde gedruckt und ist jedoch nicht mit einer finanziellen Anerkennung verbunden. Für Ehren stehen Zuwendungen aus der Ehrenamtspauschale zur Verfügung. Gibt es dazu Redebedarf? Das ist nicht der Fall, da komme ich zur Abstimmung. Wer dieser Vorlage zustimmen kann, den bitte ich um das grünen Kärtschern. Gibt es Gegenstimmen? Enthaltungen? Eine. Danke. Eine. Eine. Wir kommen zur Beschlussvorlage Nummer 01 oder zusweise 011 durch 27 21 Betreff Schlosswache Ausbau Dachgeschoss Liederförderantrag 2021 2022 Sach- und Rechtslage Die Schlosswache Die Schlosswache wurde in zwei Bauabschritten baulich vorhergestellt zuletzt wurde 2019 im Erdgeschoss die Weiterinformation eingerichtet In einem dritten Bauabschritt soll nun der Ausbau des Lachgeschosses erfolgen Hier ist ein modernes generationsübergreifendes digitales Begegnungszentrum geplant Es handelt sich um ein innovatives Projekt mit Pilotcharakter Digitales Lernen verschiedener Generationen von und miteinander soll die gesamte Bevölkerung in die Entwicklung einer Smart Region einbeziehen Damit wird ein wesentlicher Beitrag zur Gestaltung moderner Bildungsangebote und lebenslanger Fortbildung geleistet Als Partner steht dafür insbesondere die Dienung GmbH zur Verfügung Mit viel Erfahrung im E-Sport für Jung und Alt mit generationsübergreifenden Projekten und Pflegeheimen und mit einem Bildungsprojekt in Osterburg haben die Mitglieder der GERA Einrichtung gute Referenzen für eine solche komplexe Einrichtung für Weida und die Region Der Standort Weida und die touristische Marke Osterburg werden mit neuen Ideen mit modernen digitalen Entwicklungen verknüpft Das fördert auch den Bekanntheitsgrad allgemein und das überregionale Interesse der touristischen Zielgruppen Neben einem großen Begegnungsbereich mit ca. 8 BC-Plätzen einer Longstrecke und einem Tischenbereich wird auch ein Büro und ein Abstellraum geschaffen Mit dem Projekt soll der Ausbau abgeschlossen werden Das Objekt vollständig seiner Nutzung zugeführt werden Dazu sind umfangreiche Baumeißnahmen erforderlich Die Baukosten in Höhe von ca. 100.000 Euro sind mit 75% Förderung durch das Lederprojekt möglich Die Ausstattung Computer Longstrecke Küche wird gemeinsam mit den Nutzern abgestimmt und über weitere Förderprogramme Sponsoren und Eigenmittel aufgebracht Ein Betreibervertrag mit der DEMEGO ist in Vorbereitung und Voraussetzung für die Förderung Beschlussvorschlag Die Mitglieder des Stadtrates mögen beschließen das Projekt generationsübergreifendes digitales Begegnungszentrum in der Schloss Bader Beidah zur Lederförderung einzureichen und entsprechend vorzubereiten bzw. umzusetzen gibt es dazu Diskussionsbeitrag wenn es nicht der Fall ist frage ich es aber trotzdem nochmal auch schon über die Öffentlichkeit ich habe es im Hub der Finanzherz schon gefragt wir reden ja hier von einer 75% Förderung der Baumaßnahme das heißt also wenn ich das so richtig verstehe ist natürlich die und versteht sie auch in der Vorlage ist weder die Computer noch die Küche noch sonst was dabei das wird höchstwahrscheinlich durch diese DEMEGO finanziert und trotzdem frage ich nochmal wir wissen ja immer was dann ungewöhnlich ist plötzlich und immer wartet das passiert kann man von Standes heutigen Situation ausgehen dass alleine die 25% Baumaßnahme die Stadt Geld kostet ansonsten nicht ist das so die Frage ja gut gibt es dazu noch weitere Kommentare unseres nicht verfreies bitte um Abstimmung wer den Zustimmung kann bitte das Grüne Kärchen gibt es Gegenstimmen Entteilungen 1 2 3 die Vorlage merklich angenommen die Vorlage 020 durchsiedeln 2021 betrefft Wohngebäude im Eigentum der Stadt Weiler Sanierung und Modernisierung Sach- und Rechtslage inzwischen der Sach- und Rechtslage wird auf die Beschlussvorlage beigefügte Anlage der Fraktion der FWG Weiler verwiesen Beschlussvorschlag die Mitglieder des Stadtrates mögen beschließen die kontinuierliche jährliche Zuweisung von mindestens 25% des Überschusses der Mieteinnahmen schädlicher Immobilien zu deren Modernisierung und Sanierung Einstellung einer eigenen Haushaltsstelle für diesen Zweck Ich möchte ergänzen wir haben auch im Halb und Sanitätsschluss schon dazu gesprochen unser Fraktionsvorsitzender soll erheblich anwesend dass wir uns daraufhin geeinigt haben dass diese Vorlage mit dem Haushalt 2022 erst zur Wirksamkeit gerett weil wir nicht wünschen oder nicht wollen dass der derzeit vorliegende Haushalt dann nochmal deswegen geändert werden sollte also ich behole mich ab 2022 gibt es dazu Diskussionsbeitrag ist nicht der Fall dann bin ich um Abstimmung wer dem zustimmen kann bitte ich um das für die Katschen gibt es Gegenstimmen Enthilungen Einstimmig Danke Herr Drangel Ich habe dagegen stimmt weil ich denke dass wir den Kamerat damit einzwängen Herr Ja ich habe den Kamer nicht gesehen Entschuldigung gut jetzt Also einmal nein ansonsten ja Dankeschön Wir kommen Anlass Anlass und Ziel der Planung Die Stadt Weida hat im Jahr 2004 den Bebauungsplan Freibad aufgestellt Mit diesem Bebauungsplan wurde die Voraussetzung unter anderem für ein Freibad eine Sporthalle sowie mehrere Grünflächen mit unterschiedlicher Zweckbestimmung geschaffen Unter anderem befindet sich zwischen dem Freibad und der Liebsterfer Straße eine Grünfläche mit der Zweckbestimmung Minigolf auf der sich gegenwärtig eine Minigolfanlage sowie ein Tiergehege befindet Ausgehend von der Entwicklung der vergangenen Jahre ist davon auszugehen dass sowohl die Minigolfanlage als auch das Tiergehege nicht weiter getrieben und genutzt werden Da der bestehende Bebauungsplan jedoch eine Festsetzung für eine Grünfläche mit der zweckbestimmenden Minigolfanlage enthält ist eine anderweitige Nutzung nicht zulässig ohne den Bebauungsplan bezüglich zu ändern Dabei sind die Fläche der Minigolfanlage auch weiterhin auf bunter Lage angrenzend zu den Freizeitsportanlagen der Stadt Weila sowie Freibad Tennis Sportplatz sowie dem anschließenden Nahrungsgebiet Amatal Amatalsperre und größere Weitbereiche für eine touristische und Freizeitnutzung vorbehalten bleiben In diesem Zusammenhang soll mit der Anlage ein Stellplatz für Wohnmobile der Anhalt und Nachfrage nach entsprechenden Stellplätzen weiter rechnen getragen werden Mit der vorliegenden Planaufstellung sollen die bauplanleichtlichen Voraussetzungen für einen Wohnmobilstandort in der Stadtrandlage der Stadt beitrag geschaffen werden Diese Planung soll konkret die nachfolgenden Nutzungen ermöglichen Wohnmobilstellplätze für ca. 15 bis 20 Stellplätze Stellplätze für Tinihäuser ohne dauerhafte Wohnnutzung Verwaltungs- und Sanitärgebäude mit Kochgelegenheit Gebäude Gebäude zur Lagerung von Betriebsmitteln für den Wohnmobilstandort Grünfläche unter anderem mit Spielplatz und Grillplatz teilweise Erhalt der vorhandenen Gehölze Da sich die nunmehr vorgesehenen geänderten Festsetzungen nur auf eine kleine Teilfläche des bestehenden Bebauungsplanes beziehen soll anstelle einer Planänderung ein ergänzender Bebauungsplan über die Änderungsfläche gelegt werden sodass zukünftig die Festsetzung des neuen Bebauungsplanes im Rahmen der zulässigen Nutzung geht Es ist dabei geplant den Bebauungsplan als Plan der Innenentwicklung aufzustellen sodass sowohl von einem Umweltbericht als auch von den frühzeitigen Beteiligungsverfahren abgesehen werden kann Ungeachtet dessen sind in weiteren Verfahren sowohl die Öffentlichkeit als auch die Träger öffentlicher Belange zu beteiligen Verfahrensführer ist die Stadt Weide mit dem Aufstellungsbeschluss für das förmliche Verfahren eingeleitet Der erweiterte Hand und Finanzausschuss empfiehlt die Beschlusslassung Beschlussverschlag Aufstellungsbeschluss gemäß § 2 Baugesetzbuch Der Stadtrat der Stadt Weide fasst gemäß § 2 Baugesetzbuch den Aufstellungsbeschluss für den Bebauungsplan Wohnen Mobilstandort Liebsthofer Straße für den in der Anlage gekennzeitigen Bereichen weiter zu schaffen der baubahnrechtlichen Voraussetzung zur Errichtung eines Wohnen Mobilstandortes Die Verwaltung wird beauftragt den Aufstellungsbeschluss ortsüblich bekannt zu machen und das weitere Verfahren zu führen Gibt es dazu Redebedarf? Wenn das nicht dabei läuft für die Abstimmung Wer dem zustimmen kann bitte das Grüne Kirchen Gibt es Gegenstimmen? Enthaltungen? Einen Mehrheitlich Angenommen Beschlussvorlage Nr. 012-7 2021 Betrefft Satzung der Stadt Weida über die förmliche Festlegung des Sanierungsgebietes nach Wachrad 142 Baugesetzbuch Sanierungssatzung Gier Ersatzbekannten Sanierungssatzung Planerbücher Teil Sach- und Rechtslage Die am 15. Juni 1995 Beschluss Nr. 139 vom Stadtrat in der öffentlichen Sitzung Beschlossene Satzung der Stadt Weida über die förmliche Festlegung des Sanierungsgebietes nach § 142 Baugesetzbuch Sanierungssatzung wurde gemäß § 143 Absatz 1 Baugesetzbuch in Verbindung mit § 12 der Halbsatzung der Stadt Weida öffentlich am 20.02.1996 bekannt gemacht Diese Bekannung beinhaltet den textlichen Teil und die planerische Darstellung der Satzung Aufgrund der Größe des Sanierungsgebietes ist die meistgebliche planerische Darstellung der Papierform in eine relative Größe gebunden Mit der Veröffentlichung der Ersatzbekanntmarmung soll der Bürgerschaft aktuell die Gelegenheit gegeben werden den unverändert möglichen Lageplan zum Sanierungsgebiet im Rathaus einzusehen Gemäß § 3 der Thüringer Bekanntmarmungsverordnung muss die Auslegung über die Dauer von mindestens sieben aufeinanderfolgenden Tage nun in Dienstfeiertage erfolgen Die Stadtverwaltung schlägt vor eine Dauer der Auslage von vier Kalenderworten öffentlich bekannt zu machen Der erweiterte Haupt- und Finanzausschuss empfiehlt die Beschlüsse Beschlüsse Die Verwaltung wird beauftragt über die Ersatzbekanntmarmung ortsüblich zu informieren und den Lageplan zum Sanierungsgebiet öffentlich auszugeben Gibt es dazu Redebedarf? Und das ist nicht der Fall der späteren Abstimmung Zustimmung Grünes Kärtchen Gibt es Gegenstimmen? Enthaltungen? Einständig So Wir kommen zur Beschlussvorlage Nummer 019-2721 Haushaltssatz und der Stadt Beidah für das Haushaltsjahr 2021 Wennst du jetzt uns oder ist das verletzt? Okay Ja, sehr geehrter Herr Bürgermeister und der Stadträte Sehr geehrte Gäste Sehr geehrte Gäste hier oben auf dem Balkon hätte ich fast gesagt Werte Presse Verschreibung Werte Presse des Fernsehs So beschreib ich euch alle eingefallen Ja, sehr geehrte Damen und Herren Der Bürgermeister hat mich gebeten ganz kurze Ausführungen heute mal zum Haushalt zu geben zum Haushalt für das Jahr 2021 Dieser Aufforderung oder dieser Bitte möchte ich natürlich gerne nachkommen Ich habe an dieser Stelle hier eine ganz kurze Präsentation vorbereitet Ganz einfach aus dem Grund Ich habe diese Präsentation auch schon im Haupt- und Finanzausschuss gehalten in einer ausführlicheren Form und das will ich aber ganz einfach hier nicht machen weil wir hier sonst noch zu lange sitzen würden Es ist nicht nur der Haushalt der hier maßgeblich ist sondern Sie sehen selbst hier wir haben neue Technik Einmal eine neue BIMA-Leinwand der Herr Bremse hat es ja vorhin schon in den Eingangsorden erläutert diesmal stationär so dass wir nicht mehr dazu gezwungen sind hier die Leinwand aufzubauen abzubauen aufzubauen abzubauen wo dann vielleicht auch die Bürger die vier, fünf, sechs Meter weit weg sitzen nichts mehr sehen darüber hinaus haben wir hier oben neue BIMA Lautsprecherboxen ich weiß nicht ob man den von oben sehen kann aber ich sehe nicken hervorragend das haben wir was haben wir noch neue Boxen Lautsprecherboxen also sprich das Gesamtjörg kompolut plastiziert und wort zusammen so bevor ich jetzt anfange mit dem Haushalt mir wurde gesagt ich soll mich noch mehr sputen noch kürzer mich halten meine Damen und Herren ich werde mal schauen was ich machen lässt ja meine Damen und Herren wichtigster Punkt beim Haushalt ist der Haushaltsausgleich hier ist es so dass der Haushalt in den Einnahmen und Ausgaben ausgeglichen sein muss anders darf ich dem Stadtrat den Haushalt auch gar nicht vorlegen Sie sehen es hier in den Einnahmen und Ausgaben ist der Haushalt im Verwaltungs- und im Vermögenshaushalt ausgeglichen ein Volumen im Verwaltungshaushalt von 11,9 Millionen Euro und im Vermögenshaushalt von über 6,35 Millionen Euro jetzt habe ich mir gedacht Verwaltungsvermögenshaushalt wir reden noch mal ganz viel davon aber die meisten gehe ich mal davon aus werden damit nichts anzufangen wissen was ist Verwaltungshaushalt was ist Vermögenshaushalt ja meine Damen und Herren aus diesem Grund ganz kurzen Exkurs von meiner Seite wirklich nur sehr kurz fangen wir hier an mit dem Vermögenshaushalt warum er den Vermögenshaushalt ganz einfach weil er als erstes in der Gemeindehaushaltsverordnung genannt wird in Paragraph 1 Absatz 1 der Vermögenshaushalt hier habe ich die Einnahmen aufgeführt die dort gebucht oder verbucht und festgesetzt werden das sind die Einnahmen aus der Veränderung des Anlagevermögens Entnahmen aus der Rücklage sprich aus dem Sparstrumpf Einnahmen aus Hürdemitteln Einnahmen aus Kritiken das war's schon was an Einnahmen dort festgesetzt wird kommen wir zu den Ausgaben die Ausgaben wenn wir von Krediten sprechen die müssen natürlich auch irgendwann auf äh nicht aufgenommen zurückgezahlt werden die Tilgung von Krediten kommen wir in den Ausgaben rein die Investitionen Baumaßnahmen Ausgaben aus der Veränderung des Anlagevermögens beispielsweise der Erkauf von Fahrzeugen und Zuführen an die Rücklage sprich wenn ich einen Überschuss habe dann kann ich das dem Sparstrumpf sozusagen zuführen Kommen wir jetzt zum nächsten zum Verwaltungshaushalt der ist in § 1 Absatz 2 aufgeführt und dort buchen wir im Prinzip den Rest rein alles was nicht in den Vermögenshaushalt gehört was nicht vermögensbildend ist wird im Verwaltungshaushalt gebucht darunter fallen zum Beispiel bei den Einnahmen die Steuereinnahmen kommt Steuer A B Gewerbesteuer und Kundesteuer die Zuweisungen des Landes beispielsweise die Schüttelzuweisungen Eintrittsgelder Verwaltungsgebühren Mieten und Pachten unter anderem das ist jetzt ein ganz kleiner Auszug der Einnahmepositionen bei den Ausgaben meine Damen und Herren das sind wir bei den Personalausgaben die wir dort veranstalten Kreis- und Schulumlage Bewirtschaftungskosten Ausgaben quasi für Strom Wasser Gas Gebäudeunterhaltung Fahrzeugunterhaltung und Versicherungsbeiträge all diese Ausgaben was die laufenden Kosten quasi betreffen diese buchen wir im Verwaltungshaushalt so Verwaltungshaushalt das Volumen habe ich schon gelernt 11,9 Millionen Euro so so jetzt schenke ich mal hier eine Tabelle auf aufgearbeitet oder erarbeitet was so die wichtigsten Positionen im Haushalt 2021 umfasst da haben wir einmal die Schüttelzuweisung als mit größter Punkt oder größter Posten bei den Einnahmen in Höhe von 2,655 Millionen Euro im Jahr 2021 was wir als Ansatz festsetzen können hier habe ich mal immer noch den Vergleich zum Vorjahr gemacht also zum Nachtragshaushalt für das Jahr 2021 und hier eben dann der Vergleich Gemeindeanteile Einkommensteuer Gemeindeanteile Umsatzsteuer hier haben wir 2,14 Millionen Euro mit denen wir planen können als Einnahme und bei der Umsatzsteuer 425.000 Euro auch eine leichte Erhöhung gegenüber dem Vorjahr bei der Grundsteuer B haben wir auch eine leichte Erhöhung 10.000 Euro hier setzen wir 874.000 Euro Einnahmen fest hier müssen Sie jetzt keine Befürchtungen haben dass wir eventuell die Hebesätze erhöhen das ist ganz einfach daraus resultierend dass wir hier Änderungsmessbescheide des Finanzamtes erhalten und daraus diese Summe von 854.000 Euro in Ansatz gebracht werden kann so was haben wir noch Zuweisungen des Landes Thüringen einmal Steuerstabilisierung Demografieausgleich und Pauschalzuweisungen 236.000 Euro 53.000 Euro und 50.000 Euro Sie sehen hier im Vorjahr hatten wir solche Einnahmen noch nicht zu verzeichnen Was haben wir da noch Einflussgelder Freibad hier haben wir einen Ansatz von 40.000 Euro auf 50.000 Euro erhöht quasi um 10.000 Euro weil wir davon ausgeht beziehungsweise wir hoffen dass wir hier eine normale Freibad Saison durchführen können Ob das so sein wird meine Damen und Herren wissen wir derzeit noch nicht Ja und dann haben wir den kleinen Lärmungstruppen hier die Gewerbsteuer Hier haben wir den Ansatz von 1,72 Millionen Euro auf 1,6 Millionen Euro gesenkt quasi um 120.000 Euro Da muss ich ja dazu sagen da hatten wir diesen Ansatz bereits mit dem Nachtragshaushalt also wo die Pandemie auch schon am Lauf war war im letzten Jahr von 1,82 auf 1,72 Millionen Euro gesenkt Wenn man also nur den Haushalt nimmt den wir quasi vor einem Jahr beschlossen haben dann haben wir hier entschieden wir nicht 120 sondern ständigen 220.000 Euro Mindereinnahmen So das gleiche was ich für die Einnahmen gemacht habe habe ich ebenfalls für die Ausgaben gemacht für Sie hier mal ein paar Punkte ein paar Auszüge aus dem Haushalt wir haben einmal mit den Ausgaben ja zu kämpfen nicht aber wir müssen sie auch ansetzen 30.000 Schulumlage 2,7 Millionen Euro 441.000 Euro sind insgesamt rund 3,2 Millionen Euro was wir an den Landkrebskreis weiterreichen Dann haben wir Straßenreparaturen mit 170.000 Euro festgesetzt ist ganz einfach dem geschuldet weil wir den Ansatz verringert haben nicht dass wir weniger Straßenreparaturen durchführen wollen sondern wir haben ganz einfach noch Finanzmittelüberhänge aus dem Vorjahr wo die Aufträge auch erstmal abgearbeitet werden müssen der verringerte Gewerbesteuerumlage resultiert ganz einfach daraus dass wir auch einen geringeren Gewerbesteueransatz haben und dann bei den Ausgaben wo es zu Erhöhungen kommt da haben wir einmal die Personalkosten mit 2,37 Millionen Euro im Ansatz den Zuschuss an die Kindergärten mit rund 1,4 Millionen Euro dann haben wir die Unterhaltung Grundstücke baulichen Anlagen hier haben wir insgesamt für alle Objekte 190.000 Euro knapp 200.000 Euro angesetzt hier wären halt 100.000 Euro noch schöner um die Grundstücke oder um die Objekte ganz einfach normal unterhalten zu können meine Damen und Herren Winterdienstvertrag von 70 auf 80.000 Euro erhöht ob dieser Ansatz ausreichen wird ich weiß es noch nicht jetzt hat man ja einen echten Winter gehabt das hat schon ganz schön reingerissen in die Ausgaben und wir werden jetzt im Laufe des Jahres beziehungsweise Anfang dann Oktober und November sehen wie dieser Ansatz belastet ist bereits mit Ausgaben und werden dann entsprechend natürlich reagieren müssen Rückzahlung Gewerbesteuerstabilisierung haben wir auch hier von 30.000 Euro und ist darin begründet weil wir im letzten Jahr ja Gewerbesteuer Stabilisierungszuweisungen des Landes und des Bundes erhalten haben und die Vergleichsrechnung jetzt hat einfach gezeigt dass wir hier 30.000 Euro mehr oder dass wir 30.000 Euro quasi in Anführungszeichen zu viel erhalten haben und diese jetzt an das Land Thüringen zurückzahlen müssen dann haben wir noch Grünflächenpflegevertrag mit 22.000 Euro im Ansatz das und zumal summarum ist es so dass der Verwaltungshaushalt das heißt also die laufenden Einnahmen und Ausgaben einen Überschuss von 570.000 Euro von über 570.000 Euro erbringen sage ich mal so diese 570.000 Euro können wir dem Vermögenshaushalt zuführen so Sie merken sich mal bitte die 570.000 Euro kommen wir zum Vermögenshaushalt der Vermögenshaushalt ich habe es vorhin schon angesprochen 6,35 Milliarden Euro hat er im Volumen so ich habe Ihnen mal hier eine kleine Tabelle erarbeitet wo ja ich würde sagen die wichtigsten Maßnahmen Investitionsmaßnahmen enthalten sind aber zumindest Teile davon oder Teile größeren finanziellen Umfangs hier ist es so dass die Feuerwehr die Feuerwehrfahrzeuge auf Digitalfunk umgerüstet werden beziehungsweise bevor ich anfange die Einnahmen hier sind in der Regel alles Fördermittel die wir vom Land vom Bund erhalten hier haben wir eben bei der Digitalfunk einen kleinen Zuschuss von 5.500 Euro wir wollen in die Bibliothek investieren hoffen dass wir dort auch Fördermittel generieren können der Antrag ist bereits verschickt so dass wir ja auch 2.000 Euro Zuschuss selber haben und hier hoffen wir ganz einfach dass wir mit den Fördermitteln die Bibliothek Richtung Digitalisierung treiben können Ausbau Schlosswache das hat der Stadtrat gerade eben beschlossen haben wir ebenfalls im Haushalt mit aufgenommen Ausbau und Umbau Kita Sunshine Kita Ameisenburg auch mit entsprechenden Eigenanteilen hier die Baumaßnahmen im Schlossmühlenweg erster und zweiter Bauabschnitt ich würde nicht sagen die altbekannten Baumaßnahmen aber die Maßnahmen die bereits seit längerer Zeit im Haushalt auch enthalten sind was haben wir noch die zwei größten Maßnahmen an sich Sanierung Hospitalbrücke und Stützmauer Ormauer Straße bei der Hospitalbrücke investieren wir 930.000 Euro plus 150.000 Euro aus dem Vorjahr die wir übertragen haben also hier haben wir insgesamt eine Investitionssumme von 1,08 Millionen Euro Stützmauer Ormauer Straße hier investieren wir auch 850.000 Euro und erwarten Fördermittel in Höhe von 680.000 Euro es gibt auch noch eine Maßnahme der vierte Bauabschnitt Poststraße der ist hier im Haushalt nicht mit aufgeführt ganz einfach aus dem Grund weil er bereits im Haushalt Nachtragshaushalt 2020 festgesetzt war und wir die Mittel dort übertragen haben deswegen ist er im Haushalt 2021 nicht mit hier enthalten so was haben wir noch dann haben wir noch regelmäßig Umstellung Straßenbeleuchtung auf EGT jedes Jahr ist das im Haushalt enthalten mit 10.000 Euro Sanierung Friedhausmauer das ist eine Maßnahme die geht über fünf Jahre sechs Jahre mit jedem Jahr oder mit jedem Jahr werden dort Ausgaben in Höhe von 10.000 Euro festgesetzt Ersatzbeschaffung Fahrzeuge 28.500 Euro und eine ordentliche Tilgung die wir eben auch im Vermögenshaushalt zu verbuchen haben Kreditrückzahlung quasi in Höhe von über 377.000 Euro Ja meine Damen und Herren Maßnahmen ich habe sie aufgeschrieben sind notwendig um den Investitionsrückstau der auch für uns in der Stadt nicht halb macht abzubauen und was haben wir für ein Problem wir haben ein stetiges Problem der Beschaffung der Eigenmittel ich muss noch ein bisschen schmunzeln beziehungsweise bin zum Teil auch verärgert wenn ich immer solche Artikel höre oder Presseartikel sehe lese wenn die übergeordneten Behörden die Ministerien so ganz verwundert sind warum die Fördermittel nicht abgerufen sind Ja meine Damen und Herren warum werden denn die Fördermittel nicht abgerufen das ist nicht so weil wir in der Verordnung keine Lust haben das ist nicht so weil wir keine Lust haben die Fördermittelanträge auszuarbeiten oder die Fördermittelrechnungen zu lesen meine Damen und Herren hier ist es wir als Kommune beziehungsweise ein Großteil der Kommunen können einfach die Eigenanteile nicht bereitstellen wenn wir hier von einer Maßnahme sprechen von 100 Millionen Euro oder 1,5 Millionen Euro dann sind selbst bei 10% Eigenanteil das 100 oder 150.000 Euro und das meine Damen und Herren ist gerade auch in der jetzigen Zeit viel Geld für die Kommunen so ja meine Damen und Herren wie finanzieren wir unsere Maßnahmen die wir in diesem Jahr im Haushalt 2021 festgesetzt haben natürlich zum einen über Fördermittel ich habe es ja gerade angesprochen dann natürlich durch eine Rücklagenentnahme wir müssen ins Sparsegel der Stadt greifen und müssen hier 307.000 Euro entnehmen um die Maßnahmen zu finanzieren dann bekommen wir noch im Jahr 2021 bis einschließlich des Jahres 2024 eine Investitionsbauschale des Landes in Höhe von über 237.000 Euro als Einnahme die ebenfalls mithilft unseren Eigenanteil mitzudecken wir haben einen Überschuss aus dem Verwaltungshaushalt in Höhe von 188.000 Euro wer sich vorhin die Zahl gemerkt hat 570.000 was ich erwähnt habe als Überschuss man muss immer sagen dass von dem Überschuss den ich in den Vermögenshaushalt transferiere ich die ordentliche Tilgung abziehen muss und die ordentliche Tilgung abgezogen einschließlich abgezogen Tilgung an noch einen öffentlichen Träger komme ich dann hier auf diesen Überschuss von 188.000 Euro und wie finanzieren wir noch den Rest durch Einnahmen aus Verkauf sprich die 70.000 Euro sind hier auch im Vermögenshaushalt als Einnahmen festgesetzt der Vollständigkeit halber für Sie noch Rückladen und Schulden wir haben einen Rückladenbestand zum 31.12.20 von über 1,3 Millionen Euro entnehmen hier 307.600 Euro wer jetzt rechnen kann sagt sich 103 minus 307 sind ungefähr erstmal grob 1 Millionen Euro ganz grob jetzt haben wir aber nur noch eine freie Rücklage von 312.000 Euro meine Damen und Herren der Rest in der Rücklage sprich die 650.000 700.000 Euro sind Mindestrücklagen die wir gesetzlich vorhalten müssen oder auch zweckgebundene Einnahmen die wir in der Rücklage vorhalten müssen so dass wir wie gesagt meine Damen und Herren nur 312.000 Euro im Sparsegel zur Verfügung hätten die wir entnehmen könnten kommen wir noch zum Schuldenstand auf der Vollständigkeit halber hier zum 31.12. 6,4 Millionen Euro wir wollen oder wollen müssen in diesem Jahr 377.220 Euro tilgen so dass wir am Jahresende voraussichtlich einen Schuldenstand haben von etwas über 6 Millionen 31.000 Euro es dauert also noch ein paar Jahre ehe wir mal vielleicht schuldfrei sind so meine Damen und Herren die Voraussetzung zur Beschlussfassung aus möglichen Haushalt ist gegeben die Mindestzuführung ist ebenfalls gegeben die uns der Gesetzgeber vorschreibt dann haben wir noch die Ausweisung einer freien Finanzspitze auch das das haben wir in Höhe von 188.000 Euro gegeben so dass auch diese Voraussetzung vorliegt und dann haben wir noch einen ausgeglichenen Finanzplan hier bin ich jetzt nicht drauf eingegangen auf den Finanzplan auch das können wir vertrauen auch dieser liegt vor auch dieser ist ausgeglichen so dass im Prinzip alle Voraussetzungen zur Beschlussfassung vorliegen und heute dieser Haushalt theoretisch nicht nur theoretisch auch praktisch vom Stadtrat beschlossen werden kann ja meine Damen und Herren was sind die Herausforderungen für die Folgejahre da gibt es viele Gleichgewicht der Einnahmen und Ausgaben müssen wir im Blick haben müssen wir im Blick halten und das meine Damen und Herren wird immer schwieriger die Einnahmen werden weniger nicht nur durch Corona sondern die Einnahmen an sich werden immer immer weniger und die Ausgaben man merkt sie auch selbst bleiben mindestens gleich beziehungsweise steigen eigentlich auch kontinuierlich an man sagt immer so schön alles wird teurer auch das meine Damen und Herren merken wir mit dem Haushalt die Rückzahlung der Kredite müssen wir sichern ganz klar das ist halt auch oberste Priorität und jetzt komme ich nochmal zu den Eigenmitteln trotz unserer begrenzten Eigenmittel müssen wir natürlich versuchen dass wir hier das Bestmögliche sag ich mal so rausholen und Investitionen durchführen in den in den Pflichtigen Bereich dass diese Investitionen eben Priorität haben und dann meine Damen und Herren müssen wir hier noch alle Leistungen überprüfen das hat im Prinzip was auch mit dem Punkt 1 zu tun die hängen unmittelbar beieinander es geht einem ja auch privat so wenn ich auch mal im Haushalt merke dass die Einnahmen zurückgehen und die Ausgaben steigen dann muss ich mich entweder darum kümmern die Einnahmen zu steigern oder die Ausgaben zu reduzieren und das wird eine Hauptaufgaben meine Damen und Herren sein für die kommenden Jahre Ja meine Damen und Herren das war es dann auch schon in einer Kurzfassung des Haushaltes 2021 und ich hoffe mal ich konnte Ihnen das etwas näher bringen wenn Sie meine Damen und Herren noch mehr hier dazu wissen wollen wenn der Haushalt dann gewürdigt ist und der Haushalt dann auch auf der öffentlich bekannt gemacht ist dann ist der Haushalt auch auf der Hochfeldstadt weiter zu finden dort können Sie dann den Haushalt sich runterladen und können auch sich diesen Vorbericht oder den Vorbericht durchlesen der dann viele viele Ausführungen zu einzelnen Positionen im Haushalt auch enthält Ja und jetzt hoffe ich mal ganz einfach dass der Stadtrat der Beschlussvorlage folgen kann Vielen Dank Ich danke den Kämmerern für seine Ausführungen alles geschafft dieses Buch das ist nämlich der vollständische Haushalt von ca. 300 Seiten vor und rück gedruckt in so einer kurzen Zeit uns darzulegen ich glaube das ist eine tolle Sache und noch zur Ergänzung für die Gäste vielleicht die Hospitalbrücke falls einer nicht weiß wo die ist das ist gleich wie unsere Auskunft links zwischen Bürgerhaus und Stadtzentren gehört der Stadt So ich komme jetzt zur dazu gehörigen Beschlussvorlage Haushaltssatzung der Stadt Weiler gehört das Haushaltsjahr 2021 Sache und Rechtslage Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan sind die Grundlage der Haushaltswirtschaft der Kommunen Mit der nunmehr geplanten Beschlussfassung im März 2021 soll erreicht werden dass die Haushaltssatzung nach Würdigung durch die Rechtsaufsichtsbehörde öffentlich bekannt macht werden kann und dann unter anderem Aufträge auszulösen und Investitionen anzuschieben Hinsichtlich der vorliegenden Haushaltssatzung empfiehlt der erweiterte Haupt- und Finanzausschuss mehrheitlich die Beschlussfassung der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 Beschlussvorschlag Die Mitglieder des Stadtrates mögen die Haushaltssatzung der Stadt Beidau für das Haushaltsjahr 2021 in der vorliegenden Fassung beschließen wie wir es gerade gehört haben Gibt es dazu Redebedarf? Malzettel Sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrter Herr Bürgermeister, wir reden nicht nur dieses Jahr, wir reden seit Jahren über die Herausforderung des Haushaltes, über Investitionsstau, über Konsolidierungsmaßnahmen, über die Sicherung der Infrastruktur, Sanierung, Schlange Verwaltung etc. pp. Seit Jahren reden wir darüber, seit Jahren steht es auch im Vorbericht zum Haushalt drin, dass wir gegensteuern müssen. Der Verwaltungshaushalt hat knapp 12 Millionen. Das heißt, das Gehalt, das ich jeden Monat habe, das heißt jetzt der Verwaltungshaushalt, das sind meine monatlichen bzw. meine normalen jährlichen Ausgaben und das, was ich übrig habe, gebe ich, sprich Vermögenslandseite, sprich jetzt mein Sparbuch, damit ich mein Geld habe, mein Dach zu sanieren etc. pp. Wie es der Kamera schon ausgeführt hat, die freie Finanzspitze nach Abzug der Tilgung sind gerade mal nicht mal 200.000, 188.000. Das sind nicht mal 2 Prozent des Verwaltungshaushaltes. Es gab auch schon in der Vergangenheit reichlich inhaltliche Vorschläge, Diskussionen. Wir reden, aber sind keinen Schritt weiter. Der gut gemeinte Vorschlag der FWG, dass wir endlich wieder in unsere eigenen Wohnungen investieren, schieben wir ins nächste Jahr. Fraglich, wie dann die Diskussion wieder zur Haushaltslage aussieht. Der Optimismus fehlt mir aufgrund dessen, was wirtschaftlich wahrscheinlich noch uns bevorsteht. Wenn ich allein den Punkt nehme, wir haben vorgestellt bekommen, rund 100.000 mehr Personalkosten, das entspricht nicht der Tarifverhöhung, das ist weit drüber, leisten wir uns trotz Einwohnerrückgänge. Wir gehen an keinen Punkt inhaltlich auf die Ausgaben mal ein. Wir verfrühstücken unser gesamtes Geld, fast unser gesamtes Geld für die Verwaltung, statt für Investitionen in die Zukunft. Straßenausbau-Maßnahmen waren weder in der Vergangenheit noch sind sie in nächster Zeit geplant, außer die Brücke und die Mauer. Die Straßen kennt jeder, wie sie aussehen. Wann wir das letzte Mal in die Wohnungseigentum investiert haben, weiß auch jeder. Es ist eigentlich lange überfällig, mal inhaltlich ins Detail zu gehen. Danke. Gut, ich danke der Frau Zipfel. Gibt es weitere Stellungnahmen? Wenn das nicht der Fall ist, ich würde es bitten. Danke, bitte. Liebe Stadträte, Herr Bürgermeister, sehr geehrter Herr Körner, vielen Dank für die wirklich kurze Einführung. Wir wissen alle, es ist wesentlich komplexer, das ganze Thema. Aber es war sehr gut verständlich, denke ich, für jeden erklärt. Ich verstehe die Frau Zipfel auch auf alle Fälle klar. Wir müssen irgendwo, wie soll man sagen, anfangen, mal hier und da dran zu knapsen. Die Zeiten sind vorbei, wo man einfach sagt, wir überlegen uns, was können wir alles tun, was können wir machen, was würden wir gar nicht tun, weil es gibt so viele Sachen, wo man ansetzen kann. Leider sind wir in der Zeit, wo wir überlegen müssen, wo können wir sparen oder wo müssen wir sparen, wo müssen wir streichen. Wir müssen wirklich überlegen, wenn ich hier etwas ausgebe, muss ich dort etwas wegnehmen. Also wir leben dann wirklich in einer problematischen Zeit, wo man einfach sagen muss, okay, es ist schwierig, wir sitzen hier und wir müssen immer im Vorfeld, im Finanzausschuss überlegen, was man machen kann. Wir haben gute Vorschläge, was wir künftig machen wollen, wo wir aber heute schon wissen, wie können wir es denn umsetzen, was ist nächstes Jahr? Können wir es uns da leisten? Und wie die Tendenz geht und die Vorschau auf die nächsten Jahre, wird es aus meiner Sicht auch nicht besser. Einnahmen in Form von Schlüsselzuweisung und so weiter, haben wir auch gesehen, reichen wir ja eins zu eins weiter im Landkreis, da bleibt nichts hängen, im Gegenteil, da tun wir mal noch ein bisschen was drauflegen. Daher sind wir dieses Jahr schon mal in einer sehr komfortablen Situation, dass wir dadurch noch erhöht werden, sonst hätten wir noch schlimmeres. Wir leben hier wirklich von Gewerbesteuereinnahmen, wir leben großen Teil von den Anteilen der Einkommenssteueranteile und die Zeit jetzt, das wissen wir alle, ich will es jetzt auch nicht ausführen, wo Leute in Kurzarbeit sind, wo Geschäfte geschlossen sind, macht uns das Ganze natürlich leichter und leichter. Und wie wir nächstes Jahr dann irgendwo einen Zuschuss bekommen, wissen wir auch nicht, ob wir darauf haben können, wissen wir nicht. In dem Fall möchte ich auf alle Fälle, oder wir denke ich mal sonst einig, den Haushalt zustimmen, auch wenn wir logischerweise nicht über alles glücklich sind. Es gibt wieviel Kostenstellen und zielige, man kann immer hier und da abknipsen. Wir werden das Angebot wahrnehmen, um dieses Jahr im Vorfeld schon mal in Diskussionen zu gehen. Das werden wir auf alle Fälle wahrnehmen. Und ich möchte es hier auch auf alle Fälle nochmal anbringen und betonen. Danke an alle Gewerbetreibenden, dass sie durchhalten. Haltet weiter durch, wir hoffen, das hat ein Ende. Wir sind von euch abhängig. Und ich möchte auch hier gleich nochmal die kurze Sprechzeit nutzen. Heute stand es auch offiziell in der Zeitung. Dank der OTZ. Danke der Familie Breckle, der Firma Breckle, die uns als Stadt unseren Schulen Masken zur Verfügung gestellt haben. Weil wir werden in Zukunft vermutlich nicht ohne die Auskommen und natürlich auch den Landkreis über 40.000 Masken zur Verfügung gestellt haben. Also halten Sie alle durch. Wir stimmen auf alle Fälle zu. Wir müssen zustimmen, dass wir handlungsfähig sind. Und in dem Fall hoffen wir auf bessere Zeiten, die wir uns alle wünschen. Und danke fürs Zuhören. Ich danke. Zu dieses Beirat gibt es weitere Wortmeldungen. Herr Zorn, bitte. 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 Herr Zorn hat sich äußerst schwierig gestaltet. Er ist rund. Keine Frage. Sieht gut aus. Aber insgesamt gesehen steckt der Haushalt in tiefen Schwierigkeiten dahingehend, dass es tendenziell mit unseren Möglichkeiten Mittel abzurufen abwärts geht. Und allein nur der Tatsache geschuldet wie wie in verschiedenen Gremien oder wie etwas besprochen wird in den einzelnen Gremien bis hin zum Stadtrat, fehlt mir oftmals der echte Wille zu sparen. Und das kann ich oftmals nicht erkennen, den Sparwillen. Wie ich schon gesagt habe, wir reden immer drüber, aber den echten Sparwillen kann ich oftmals nicht erkennen. Was ich erkenne, wenn ich diesen Hals halt lese, ist, dass es einige Baustellen gibt, wo es wirklich spitz ab Knopf geht, wo einfach das Geld jetzt schon ganz knapp ist und in Zukunft wird uns das echt nicht mehr leisten können. Ich kann nur davor warnen, an die freiwilligen Leistungen einer Stadt oder einer Gemeinde heranzugehen. Die freiwilligen Leistungen einer Stadt oder in einem Gemeindegebiet ist genau das, was eine Stadt und eine Gemeinde attraktiv macht, was eine Stadt lebenswert macht, was eine Stadt schön macht. Deshalb hoffe ich, dass wir vielleicht, wie Herr Rüte schon richtig gesagt hat, um es stütze ich voll, wie er schon richtig gesagt hat, dass wir wieder im Vorfeld uns mal sehen, was wir schon mal versucht haben, vor einigen Jahren die Haushaltsstellen, alle wirklich mal im Einzelnen durchzugehen und zu prüfen, was können wir denn machen, was müssen wir denn eigentlich mal liegen lassen, um tatsächlich mal ein paar Euro in den sogenannten Sparstrumpf zu bekommen, um mal auch Fördermittel abrufen zu können, indem wir die Eigenmittel selber darstellen können. Das sieht bis jetzt immer noch machbar aus, aber die Zukunft wird uns zeigen, wir müssen da rangehen. Und wir haben das schon mal versucht. Und an diesem Samstag, den ich heute noch beweine, haben wir einem Mann zwei Stunden lang ein Podium geboten, der sich da ein bisschen ausziehen konnte. Und wir sind nicht zur Sache gekommen. Wir wollten alle Haushaltsstellen durchgehen. Ich habe das damals sehr unterstützt. Ich habe das mit angekurbelt, dass es zu dem Samstag kommt, wo wir, ich glaube, schon mal die Haushaltsstellen durchgehen, die für uns fragwürdig sind, gehen wir das weiter an, lassen wir es auch mal liegen, sparen wir da was ein, um dem Kämmerordner mehr Mittel in die Hand zu geben, dass die Stadt arbeitsfähiger wird. Es wird andere Aufgaben geben, auch in der Zukunft. Und wie gesagt, Antihäden, Antihäden, freiwillig und Leichtung anzuhören, ist der totale Fehler. Und ich würde sehr unterstützen, dass wir das wieder mal machen, aber nicht um den Gesichtspunkt, dass der eine nur referiert und die anderen nur zuhören. Wir wollen dann wieder alle Haushaltsstellen durchgehen, zumindest die, die für mich auch oder für viele andere auch lönenswert sind, mal abzuschicken, ob wir dort mal eine Einnahme oder eine Ausgabe wegnehmen. Das wäre wichtig für die Zukunft, wenn es denn mal wieder dazu können sollte, dass wir uns mal eine Gesamtfrau oder wirkommertreffen und den Haushalt mal durchgeben und die Stellen wieder mal ablassen. Aber nicht wie das letzte Mal. Danke. Ich danke Herrn Zorn für seine Ausführung. Gibt es weitere Wortmeldungen? Wenn das nicht der Fall ist, möchte ich die Vorlage zur Abstimmung bringen. Haushaltssatzung 2021. Wer dieser Vorlage so zustimmen kann, dann bitte ich um das Blöden klatschen. Gibt es Gegenstimmen? Eine. Enthaltungen? Eine. Mehrheitlich angenommen. Dankeschön. So, wir kommen jetzt zur Vorlage, die passt jetzt gerade so schön. Zwei Enthaltungen. Also nochmal, eine Gegenstelle, zwei Enthaltungen. Wir kommen jetzt zur Vorlage auf Antrag von Matissek in den öffentlichen Teilverwesen. Die Nummer 022-7 aus 2021. Ja, wir müssen hier eine kleine Änderung vornehmen, weil wir das ja jetzt spontan in den öffentlichen Teil gebracht haben. Müssen wir eigentliche Textpassagen ändern. Also es geht bei Betreff um die Ausübung des städtischen Vorkaufsrechts zum Flurstück 187, der Flur 1, der Gemarkung Weida. Das heißt also für die Gäste, die ehemannige Polizei. Das Flurstück 187, der Flur 1, der Gemarkung Weida, Burgstraße 18, steht in privaten Eigentümen. Der derzeitige Eigentümer hat das Flurstück an einem anderen privaten Eigentümer veräußert. Mit Schreiben vom 5. Februar 2021 hat der Notar die Prüfung des städtischen Vorkaufsrechts bei der Stadt Weida beantragt. Das Flurstück lief im Sanierungsgebiet der Stadt Weida. Der Bargusschuss hat in seiner Sitzung am 15. September 2020 der Verwaltung den Auftrag erteilt, Kaufverhandlungen mit dem aktuellen Eigentümer zu führen. Diese sind an den unterschiedlichen Kaufpreisvorstellungen gescheitert. Das Objekt zeigt einen erheblichen Sanierungsstab auf. Für die Ausübung des städtischen Vorkaufsrechts ist es zwingend erforderlich, dass das Objekt dem Wohl der Allgemeinheit dient. Dies muss konkret definiert und städtebaulich festgesetzt sein. Dieses Vorhaben muss so vorbereitet sein, dass es auch einer möglichst gerichtlichen Prüfung standhält. Die Behörde hat bei der Ausübung des Vorkaufsrechts von ihrem Ermessen Gebrauch zu machen. Um diese Abdeckung nachvollziehbar zu machen, muss die Gemeinde den Verwendungszweck des Grundstückes konkret angeben, soweit sie sich zum Kauf entschließt. Die Ausübung des Vorkaufsrechts erfolgt mittels Bescheid. Zum Kaufpreis hinzukämen noch Nebenkosten in Form der Grunderwerbssteuer sowie mögliche Notar- und Grundbuchkosten. Die Stadt ist bei der Ausübung des Vorkaufsrechts verpflichtet, in den Kaufvertrag einzutreten. Die mögliche Vorgehensweise und die Anforderungen an die Ausübung des städtischen Vorkaufsrechts wurden in einer anwaltlichen Beratung eingeholt. Der Haupt- und Finanzausschuss hat in seiner Sitzung am 23. Februar 2021 über den Sachverhalt beraten. Beschlussvorschlag. Die Mitglieder des Städtischen Vorkaufsrechts beschließen, das städtische Vorkaufsrecht zum Flurstück 1787 der Flur 1 der Gemarkung Weida auszugeben. Die anwaltliche Beratung und Vertretung im Verfahren einzuholen. Die Stadtverwaltung zu beauftragen, den Nachweis des Gemeindenholz in der Rahmen der derzeit laufenden Vorschreibung des innerstädtischen Entwicklungskonzeptes ISSEC umzusetzen. Und die Stadtverwaltung zu beauftragen, entsprechende Bescheide über die Ausübung des Vorkaufsrechts an die Vertragsparteien aus Urkunde zu erlassen. Gibt es dazu Redezeit? In der weiteren Daten- und Finanzausschuss wird uns die Sache ja ein bisschen ausführlicher dargelegt und das ist den Gästen jetzt nicht gegeben. Und es gibt eine ganz wichtige Sache, die ich da erwähnen muss, weil ich derzeit der Auffassung bin, dass wir diesem Vorkaufsrecht nicht nachkommen sollen. Was natürlich Vorkauf erhaken könnte, warum will er sich nicht um die schöne alte kaiserliche Post kümmern. Es ist so, wenn wir das Vorkaufsrecht in Asso nicht wollen, dann können wir mit dem Gebäude nicht machen, was wir wollen, sondern es muss einen Biber-Deprogrammierung, einen gemeinnützigen Zweck erfüllen. Also wir haben so schon genug Häuser im schlechten Zustand, die wir mit Förder mit dem Rohbau sanieren und dann Mühe haben, jemanden zu finden, der das ordentlich weiternutzt. Sollten wir jetzt dieses Gebäude kaufen, zu einem Preis, der höher ist, als es vor zehn Jahren verkauft wurde, was nur ohnehin ausstößt. Und dieses Gebäude dann schaffen wir, um die Förder mit uns zu sanieren, könnten wir das nicht vermarkten, in irgendeiner wirklich freie und freie Entschiedenheit, sinnvolle Art und Weise, sondern wir bräuchten, die irgendwas gemeinnützig ist. Irgendwas, wo wir Geld ausgeben, für die Sache, die bestimmte den Bürgern der Tolle ist aber, wie wir im Haushalt erzählen, wir können uns eigentlich derartige Dinge kaum leisten. Und noch was anderes machen, dann kann es sein, dass uns dieses ausgebte Vorkaufsrecht der Rente in die Ohren fliegt. Und ich weiß jetzt nicht, wie weit das gehen kann, ob es noch Schadensersatzansprüche des Käufers geben könnte, der das jetzt nicht erhält. Soweit reicht da mein Wissen nicht. Aber schon das alleine, dass es eine Beute gibt, mit dem wir da nicht machen können, was wir holen, für das wir eigentlich kein Geld haben, es zu sanieren, bin ich nicht bereit, diese doch waghalsige Schiene zu fahren. Aber da gibt es genug andere Baustellen, die wir beackern müssen, ohne jetzt schon zu wissen, wovon, da würde ich mir das nicht aufladen. Freilich ist es bedauerlich, wenn dann in zehn Jahren das Gebäude mal nicht mehr zu retten ist. Aber es ist nicht so, dass wir nicht wollen. Ich bin der Meinung, wir können es einfach nicht finanziell. Danke. Danke, Herr Dr. Hölfer. Danke. Herr Sackert. Also das Gebäude an der externen Stelle, öffentliches Interesse ist auch recht hoch, wie man so mitbekommt in diversen Medien. Und jetzt geht es darum, dass wir das eventuell erwerben, weil ja natürlich auch die Gefahr recht groß ist, dass es eventuell, wenn von den bisherigen Eigentümern oder auch dem eventuell nachfolgenden Eigentümer keine Sanierungs- und Erhaltungsmaßnahmen durchgeführt werden, das Gebäude weltweit zusammenfällt, wieder Straßenstörungen, die Folge sind an einem neureibischen Punkt zwischen Innenstadt, Neustädter Straße, Stadt, Hauswärts. Das hat alles richtig Ausführungen jetzt. Beobachten wir natürlich, zehn Jahre lang, kann man gerade hören, ist das Gebäude verkauft und seither nicht erkennbar, wird in irgendeinem vor dem passenden Gebäude passiert. Das ist immer ein Schornstein abgebrochen, durch wen auch immer. Also, weil er droht runterzufallen, das Dach ist recht und dicht. Und da stellt sich bei mir erstmal die Frage, vor dem Gebäude steht auch ein Absperrgitter. Das ist ja eine besondere Nutzung des Gehweges. Werden da Gebühren erhoben, regelmäßig in Rechnung gestellt, werden sie auch bezahlt oder werden sie nicht bezahlt. Dass man im Endeffekt noch einen möglicherweise anderen Herankommensweg oder Hebel sieht, dort um hohabhaft zu werden, das gleiche Griffzug für die und die einleitenden Wörter des Bürgermeisters aufzugreifen. Verpflichtungen, Straßenkehrdienst, Winterdienst, Beräumung. Habe ich jetzt auch nicht direkt jemanden erkannt, der in dem Gebäude oder offensichtlich dem zuzuordnen ist, der da immer etwas dran gemacht hätte, sodass es auch wieder seitens der Stattung öffentlich gemacht wird. Also würde mich interessieren, ob dort etwas in Rechnung gestellt worden ist. Mit Ja, ordentlich, nach den entsprechenden Satzungen oder nicht. Und etwas schwierig wird es uns die Entscheidung machen, weil wir quasi, wenn wir das Vorkaufsrecht ziehen wollen, ja, die Katze im Sack verläuft. Also, weil wohl niemand in den letzten Jahren dort sich in den Runden sehen konnte. Also, oder noch? Mann? Wie lange ist es her? Ja, das ist ja ein Jahr. Ja. Na gut. Also, wir, ich kann mich jetzt dazu nicht entscheiden, weil ich eben keinen Eindruck habe, wie es da drin aussieht und was uns erwartet hat. Danke. Ich danke dem Herrn Seifert, Herr Zorn. Gerade habe ich davon gesprochen. Wir sprechen von Haushalt, von feiblichen Leistungen, von den Dingen, die wir nicht kürzen wollen. Und wenn wir uns im Sommer fragen, ob wir dann bei großer Hitze das Sommerbad aufmachen oder vier Tage oder vier Wochen später oder eher widerspießen, weil uns die Mittel eigentlich nicht gegeben sind, das Sommerbad nochmal als Platz, dieses Reichtum hinzubringen, das Sommerbad offen zu halten, reden wir jetzt über so eine Immobilie, die wir aus meiner Sicht völlig, völlig im Eimer ist, um es mal hemmsärmig zu sagen. Der Herr Seifert hat das ganz gut ausgeführt. Wir hatten doch im Haupt- und Finanzhausschuss noch eine klare Aussage von einem Stadtratsmitglied, mal sage ich, keinen Namen, der das Gebäude sich schon vor zehn Jahren angeguckt hat, da war das schon sehr weit irreparabel, heute sind wir zehn Jahre weiter. Es ist sicherlich wichtig, dass das historisch wertvoll ist, das Gebäude als alte Reichstest. Es mag sicher sein, die Fäderpikus von der Osterburg, alles schön und gut. Aber ich denke, für unseren Haushalt ist es eine Nummer zu groß, was da auf uns zukommt. Zu dem können wir nicht darstellen, echt nicht darstellen, was wir denn eigentlich nicht machen wollen. Da haben wir schon zu viele Räume, die wir in der Öffentlichkeit darstellen müssen, wo wir was hineinprojizieren, was aber eigentlich schon wieder schwierig ist und am liebsten auch schon wieder Geld kostet, nur damit es funktioniert und nur damit dort was hinten hinprojiziert wird, was eigentlich ganz schwierig sich vorstellen lässt. Und das sind wir genau bei dem Punkt, dass wir, oder ich anmahne, gerne anmahne, den eigentlichen Sparwillen des Stadtrates und diese Immobilie nicht an sich zu reisen. Die 25 Stadträger, die kann man sich wirklich, die kann man an sich halten, der Stadt. Wir haben, wie ich schon gesagt habe, das ist auch eine andere Baustelle. Sicher ist das für viele in der Stadt ein historisches Gebäude. Wir kommen jetzt aus dem Umlandbereich. Für uns gibt es auch historische Gebäude, wir müssen uns auch davon trennen. Aber wie gesagt, wir wollen jetzt in die Entscheidung der Stadt nicht eingreifen. Jedenfalls die Wählergemeinschaft Waldorf-Umland wird diesem Kaufantrag definitiv nicht zustimmen, weil es auch in diesem Jahr bestimmte Dinge gibt, die auch wir und München lücken müssen, weil der Haushalt es einfach nicht hermacht. Danke. Ich danke den Herrn Zorn. Ich möchte jetzt die Gelegenheit nutzen, wie gesagt, unser Fraktionsvorsitzender ist nicht da. Ich muss es bloß betonen, weil ich ja hier eigentlich der Stadtratsvorsitzende bin und ich muss das ein bisschen neutral leiden. Aber ich spreche jetzt als Stadträgerin der Fraktionsvorsitzenden der Fallen-Währer-Gemeinschaft. Ich möchte meine Vorredner nicht wiederholen. Wir halten im Prinzip gar keine Anträge erfolgen. Ich möchte immer noch ein paar ergänzende Sätze dazu sagen. Erstens, wie der Herr Zorn schon richtig sagt, reden wir hier von einem Nachweis des Gemeinwohls. Nur dann können wir dieses Vorkaufsrecht überhaupt geltend machen. Nun haben wir schon mal gehört, Ärztehaus. Nun machen wir uns aber nichts vor. Die etwa schon in die Jahre gekommenen Ärzte der Stadt Beida besitzen ja eigene Praxen, die sich mit Sicherheit mit Krediten und mit Finanzmitteln so hergerichtet haben, wie sie sind. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass die ihre Praxen aufgeben, um da ins Ärztehaus zu gehen. Und Ärzte irgendwo herzubekommen, selbst wenn sich da jemand meldet, obliegt nicht um die Zuständigkeit der Stadt Beida. Das möchte ich mal ganz deutlich sagen. Da gibt es eine kassenärztliche Vereinigung, die ihre theoretischen Scheiben da aufschlagen und uns prozentualen erklären, dass es in unserem Rahmen einer Ärzte gibt. Ich habe das miterlebt, wo es um zwei, drei Krankenhaus gibt. Sie können sich gar nicht vorstellen, was das so für Argumente kommen. Zweitens, wir sollen bitte mal darüber nachdenken, wir haben in Meida Gebäude. Ich erinnere an das Pfeifrische Haus. Ich erinnere an die Engelsschule, von der man gar keiner spricht. Ich erinnere an den Fiadukt in der Bahnhofstraße, der uns nicht gehört, noch nicht. Aber wenn man jetzt mal von historischen Dingen der Stadt spricht, das ist für mich eine ganz tolle Sache, der Fiadukt. Ich darf nicht daran denken, was das mal kosten könnte. Die Bahn wollten ja glücklich schon mal für einen Euro der Stadt übertragen. Und da gibt es noch mehr Gebäude. Wiedenkirche, die gehört zu uns auch nicht. Aber das sind alles so Gebäude, wo wir uns finanziell nicht beteiligen sollen. Und da kann man als deutlich gesagt, keiner weiß, welche Auswirkungen die Corona finanziell auf den kommenden Haushalt, die kommenden Haushalte, würde ich mal sagen, hat und Gott. Und was bringt uns das jetzt, wenn wir das Gebäude kaufen? Dann sind es los, die Eigentümer. Und dann haben wir auch Probleme damit, mit Sicherungen, was wir alles gesagt haben. Und dann steht das noch fünf Jahre rum und dann ist es eingefallen. Und deswegen, um es jetzt abzuschließen, unsererseits lehnt die Freie Wählergemeinschaft den Kauf der Stadt für dieses Gebäude ab. Dankeschön. Noch jemand? Redet bitte auf. Bitte. Herr Heimlich. Ja, sehr geehrte Damen und Herren, ich möchte auch noch kurz was dazu sagen. Und zwar, ich kenne das Objekt. Ich war derjenige, der vor einigen Jahren schon mal das Glück hatte, sich das besichtigen zu dürfen. Das war zu dem Zeitpunkt schon im arg desolaten Zustand. Man weiß nicht, was auf einen zukommt, wenn man es dann angeht. Ich denke, wir reden da aus Erfahrung, oder ich rede da aus Erfahrung. Und wenn wir dieses Objekt überhaupt erschienen wollen, müssen wir ein tragfähiges Konzept vorbreiten. Dieses tragfähige Konzept überhaupt auf die Beine zu stellen, erhafte ich als äußerst tragwürdig. Ich kann es mir nicht vorstellen, dass wir das in der Kürze der Zeit bewerkstelligen können, um diese Übertragungsansprüche gelten zu machen. Wir hatten im Bauausschuss die Übertragung des Objektes auch schon diskutiert, vor längerer Zeit, im vergangenen Jahr, sind dort zu dem Schluss gekommen, beziehungsweise haben dort verlangt zu überprüfen, seitens der Stadtverwaltung, ist es möglich, vertraglich was zu machen. Ich weiß, oder mir ist bekannt, dass in den Kaufverträgen der Stadt Weida Klauseln eingearbeitet sind, die besagen, dass wenn ein Sanierungsobjekt erhoben wird, wenn es nicht innerhalb von fünf Jahren mit den Baumaßnahmen begonnen wird, eine Rückübertragung an die Stadt zustande kommen kann, oder zustande kommt. Gibt es so eine Klausel in diesem Vertrag, in diesem besagten Vertrag, ist es möglich vielleicht, darüber dem Grundstück habhaft zu werden. Ich habe bis jetzt noch keine Aussage, kam noch kein Feedback zurück. Das würde ich mir wünschen, dazu mal zu hören. Ansonsten kann ich von diesem Vorhaben eigentlich nur Distanz nehmen und ich würde der Sache nicht bestimmen. Danke. Danke. Darüber möchte ich noch etwas dazu sagen. Vielen Dank. Ich habe jetzt was gesagt. Letztendlich geht es in diesem konkreten Fall nicht nur um die Tatsache, was man an der Stelle will, sondern was man mit einem Ankauf oder Nicht-Ankauf an der Stelle eben auch nicht will. Wie hier in der ganzen Runde ja jetzt schon mehrfach betont wurde, ist über Jahre hinweg erkennbar, dass die bisherigen Eigentümer an den Gebäuden nichts unternehmen, perspektivisch und offensichtlich nichts unternehmen werden. Der jetzt hier anstehende Weiterverkauf wird vermutlicherweise, das ist ein bisschen Blick in die Glasgugel, an dieser Situation nichts zu ändern. Demzufolge, wie gesagt, ist die Entscheidung im Zusammenhang, ob Ankauf oder Nicht-Ankauf nicht nur die, was man an der Stelle will, sondern eben auch, was man an der Stelle nicht will. Und vor diesem Hintergrund ist es ja im Bauausschuss diskutiert worden, weil es zur damaligen Zeit aktuell in der Dornstraße zwei Vollsperrungen gab aufgrund einschlossgefährderter Gebäude. Und die Frage ist eben, will man auch sowas tolerieren oder akzeptieren oder die Gefahr, erkennbare Gefahr zu tolerieren, oder will man dem entgegensteuern? Zu dem Auftrag zur Verwaltung im damaligen Bauausschuss ist der gewesen, konkret zu dem Eigentümer zur Verkaufsverhandlung einzutreten oder zumindest erst bei dem seinen Kaufpreis zu recherchieren. Das ist geschehen, zu damaligen Zeit auch das Kaufpreisangebot sogar noch wesentlich höher, als es jetzt im Rahmen des Weiterverkaufes und der jetzt vorliegenden sanierungsrechtlichen Genehmigungen oder Antrag auf sanierungsrechtliche Genehmigungen im Raum steht. Also er war dreimal so, wie die somit jetzt im Raum steht damals. Deswegen haben wir es erst mal perspektivisch vor diesem damaligen Hintergrund nicht weiterverfolgt. Jetzt der Hintergrund ist ja ein Stück weit ein Anderer. Es geht ja hier darum, dass es von dem jetzigen privaten Besitzer einen Weiterverkauf geben soll zu einem nächsten privaten Besitzer. An der Stelle, man hätte das, was Herr Heinrich angesprochen hat, bei dem damaligen Verkauf von der Stadt an Privat, darüber nachdenken können, da irgendwelche Vermerkungen zu machen, wie Investitionsauflagen und so weiter. Jetzt in dem Moment, wo es von Privat zu Privat wechselt, ist es ungleich schwieriger. Wir haben das Instrument des Kaufpreises zu erwerben. Ja, können wir tun, wenn es die politische Wille ist. Dann wäre es so, dann hätten wir dort ein Wiedergestalter-Spielraum. Alles andere ist in diesem jetzigen Moment ein Stück verwirrt. Ja, und das ist nur das, was ich an der Stelle noch dazu sagen wollte, wie man jetzt damit umgeht. Wir haben es als Verwaltung angesprochen, wie es sich jetzt dazu entschieden wird, weil der politische Wille und der Wille an sich das Stadtrat ist. Das ist das, was ich noch dazu sagen wollte. Danke. So, ich danke den Babenseitern für die Ausführung hinzugehebt. Das weiteres. Frau Rechse. Ich will nicht das, was ich vorhin schon gesagt habe, wiederholen. Mein Anliegen ist im Prinzip, dass ihr die Zeit, so wie der Herr Rau jetzt gesagt hat, haben wir ja schon einiges verstreichen lassen, Termine im Vorfeld, um was anderes zu klären. So, wie ich es jetzt mitgekriegt habe, machen sämtliche Sicherungsarbeiten an den Bürgersteigen und sogar durch die Stadt gemacht. Dort wird keine Schneebereumung gemacht und nichts. Also darum müssen wir uns ja auch kümmern. Ich will nur heute erreichen, dass wir beschließen, solange wie möglich, solange uns das Vorkaufsrecht erhalten ist, in Verbindung mit der sanierungsrechtlichen Genehmigung, dass wir diesen Termin so lange hinaus zögern, unsere Entscheidungen, bis wir hierzu genaueres wissen. Deswegen habe ich auch im Vorfeld auf den Haushalt schon hingewiesen, weil es schwierig ist, mit unseren finanziellen Mitteln, die wir haben, das alles zu stemmen. Aber ich würde gerne das zurück in die Ausschüsse verweisen, mit dem Auftrag auch, dass da einiges nochmal zusammengetragen wird, aber dass wir genau wissen, was in den Verträgen steht, können wir das einfach überdecknehmen oder solche Sachen. Danke, Frau Manisek, das ist ein Antrag, nenne ich an. Ja. Gibt es ansonsten noch Redenbedarf, sonst würde ich über den Antrag von Frau Manisek abstimmen lassen. Wenn das nicht der Fall ist, bitte ich um Abstimmung für den Antrag, diese Vorlage in den Ausschuss zu verweisen. Wer dem zustimmen kann, bitte ich ums Grüne Gertsch. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7. Moment, ich würde sagen, sieben, ja, stimmt. Gegenstimmen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9. Frau Frankl? 9. Ich habe schon. Also, Enthaltungen, der Rest. Einer. Also, Antrag abgelehnt. Danke. Fehlt einer? Nochmal wiederholen. Wer dem zustimmen kann, lasst den sofort in den Ausschuss. Bitte nochmal die grüne Karte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wer dagegen ist, bitte die rote Karte. War 8, ja, stimmt. Jetzt müssen Sie viel zählen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Und eine Bezahlung. Und jetzt? Noch mal wiederholen. Noch mal wiederholen. Ich stelle mich jetzt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Und zwei Enthaltungen. Also, 8 Ja-Stimmen, 9 Gegenstimmen, eine Enthaltung. Jetzt haben wir es. Also, einmal abgelehnt. Und jetzt komme ich zur Abstimmung des Abschlussvorlage. Wer also dafür ist, dass die Stadt das Vorkamtsrecht einnimmt, den bitte ich und das grüne Karte. 1, 2, 3, 4, 4, 5. Jetzt alle. Fünf Ja-Stimmen. Gegenstimmen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Keine Stimmen. Vielleicht gibt es ja ein Teilnehmer. Ein Teilnehmer. Keine Stimmen. Fällt wieder hin. Noch mal die Ja-Stimmen, dann werden wir immer fertig. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Richtig. Die Gegenstimmen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf. Und zwei Enthaltungen. Richtig. Also abgedehnt diese Vorlage. So, wir sind uns am Ende des öffentlichen Teils. Ich herzlich bedanke mich bei den Zuschauerinnen und Zuhörern und wünsche Ihnen einen angenehmen Hauseweg. Bis hoffentlich zum nächsten Mal. Danke schön. Danke. 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 Danke.